Guten Tag YouTube, ich wollte euch mal zeigen wie ich einen Cobblestone Generator wo ... Generator. So. Erstmal treibe ich jetzt tief. So. Und wenn das jetzt ein Lack gewesen war, dann weiß ich auch nicht. Sorry wegen den Lacks, wegen den Lacks. Verdammt, ich habe einen zu groß gemacht. Ah verdammt, was ist denn das heute? So. 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 Ja. Ah, ich bin heute hier. Ich habe es heute schon mit dem MW3 Gameplay versucht, was allerdings irgendwie nicht laufen wollt. Ah nein, jetzt habe ich wieder. Verdammt! Tut mir leid, dass ich gerade so viele Felder habe. Normal baue ich das Ding ziemlich schnell. Aber es geht halt heute nicht anders. Aber es geht halt heute nicht anders. Das müssten eigentlich der Vorführeffekt. Alle Kolben unten sein. Ah, verdammt! So muss das aussehen. Mit Redstone Fackeln unter. Und die Verstärker, die das abschalten. So. Dann kann man dann auch wieder Köln anmachen. Dann gehen Sie wieder hoch. Also, gehen wir mit unseren Fackeln wieder an. So. Das Grund ist jetzt gemacht. Es kann eigentlich verschlossen werden. Dann gehen wir mit unseren Fackeln. so. So. Und das hier so. 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 Das ist halt sowas wie. Kreuze ergibt. Ah. Hier ist einfach zu viel. Muss ein Kreuz hergeben. So. Denn. Ah. Das muss noch eins höher. Sorry. reacting. Ex**t mehr. Ordnung. Die. 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 Sie. So, in die Mitte kommt Wasser, da kommt Lava hin, oh, verdammt, Lava. Hier, hier, da, da, kommt Lava hin, das leuchtet dann da so hin, und machen wir mal so, Schalter weg, hat schon den ersten Kabel, stone, generated. Machen wir da nochmal kurz Schalter dazwischen. So, kann man das hier so zubauen. Zelt hier zugebaut. Kommt hier in der Mitte noch ein Block hin, kann man das hier abhacken. Am besten macht man da noch Obsidian hin. Wo ist es denn, da ist Obsidian. So, könnte man noch ein bisschen schöner verkleiden dann, wenn man dann halt das hier einschaltet. Äh, Cobblestones. Dann vielen Dank fürs reingucken. Hoffe hat es euch gefallen. Macht ein Abo oder so. Ich werde demnächst noch ein paar andere Videos machen. Ich habe auch einen Minecraft-Server. Die IP wird unten in der Beschreibung landen. Okay, und dann bis dann. Tschau!